Hallo Leute und willkommen zurück zu einem Video. Heute ist es ein Wunschvideo vom LOLOL. Hat gemeint ich soll mal um 60 Cent wieder mal bannern. Blazing Star Wars sein. Haben wir gemacht. Heute sind wir knickrig mit 48 Euro Startbudget. Hauen wir einfach mal auf Autostart raus. Mal sehen was kommt. Lass gerne ein Däumchen da oben da. Für die, die neu sind, gerne abonnieren. Ansonsten wisst ihr Bescheid. Let's go. Hoffen wir es ist nicht so schnell zu Ende. Was bei Blazing Star oft der Fall ist. Ich hoffe mal, es ist heute gnädig und schmeißt mal ein bisschen was. So und mal hin, der erste Gewinn. Das ist ja schon mal etwas. So. 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 Hier haben wir dezente 5 Linien, nicht 10, also ist es ein bisschen schwerer Gewinne zu kriegen. Ein paar Zeug 40er haben wir. Mal sehen, ob noch was rumkommt. Komm schon. Es gibt auch ein bisschen was. Oh, zieh sich mal diese Bilder rein. Über diese halbherzigen Gewinne. Guck dir da dran, ein Ding, eine Katastrophe. Na, man, ich fühle mich auf diese halbherzigen. Vielleicht lässt uns das Spiel ja auch mal nicht im Stich und gibt uns mal was ordentliches. Sieht bis jetzt ja noch netzer aus. Oh nein, schon mal 6 Euro. Geht schon mal nicht leer, der Automat. Boah, das gibt's doch nicht, ey. 120 Euro gerade haben wir geschossen. Drücken bringt gar nichts. Na ja. Boah, das gibt's doch nicht, ey. Ganz knapp, ey. Vielleicht mal die 140 Euro. 2,40 drücken wir nicht. Boah, jetzt hab ich mal eine Runde vorgegeben können. Wäre da nicht viel gewesen. 30 Euro. Soll ja kein langweiliges Kurzvideo werden. Aber schlagen ist ja gar nicht so schlecht. Das ist ja gar nicht. Knapp 15 Euro. Die draufhang. Na ja. Also wir definitely machen zum asybergfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfg. Wir haben das Geld schon wieder fast drin. Krass. Lässt sich nicht drücken heute. Jetzt muss ich mal einen vierten geben können. Ein bisschen was Budget auf der Kiste drauf ist. Ah, jetzt wären wir ja bei dem Betracht gewesen. Komm. Einmal kannst du ja wohl geben. Einmal die 120 rauskommen. Wird glücklich. Oder du lässt mich einmal die 140 drücken. Ich denke mal bei 30 Euro hauen wir mal hoch. Das gibt ja nichts mehr. Oh, jetzt will er es wissen. Ich gehe auf 80. Das ist jetzt aber auch die Grenze. Alles was drüber geht, kannst du vergessen. Das gibt ja gar nichts. Ich habe schon gestern gezockt. Der hat auf 2 Euro und 1 Euro nichts gegeben. Von daher 80 Cent sind schon so die Grenze. wo er vielleicht noch was gibt. Wo er vielleicht noch was gibt. Ich gehe auf 60 Cent. 8 Euro bleibt er stecken. Was soll das? Ich gehe auf 60 Cent. Vielleicht ist er auch noch mal gnädig. Oder wir demonstrieren einfach mal. Euro. Euro. Und hauen die letzten 10 noch mal weg. Um es euch mal zu beweisen. Dass er gestern nichts geschmissen hat. Und es heute genauso sein wird. Und es heute genauso sein wird. Was das für heute. In diesem Sinne. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.